Für dich ist Studio Mesos ein soziales Programm? Nein, ich habe das nicht gemeint. Ich möchte immer dabei sein, wenn ich andere einspiele. Das ist magersvoll, wie ein topisch soziales Programm ist. Für Leute. Und am Anfang habe ich das los. Aber gerne. Geht die Scheiße. Wir werden tanzen. Mit Brannen der Schuhe. Für Beidung die Hälte.